Hallo, ich bin Doreen Pennekamp. Sportschießen, Pistole ist meine Disziplin. Dafür starte ich für den SV Hubertus Hüttengesäß in Rondeburg. Ich bin sehr fokussiert, ich habe einen ziemlich großen Siegeswille und kann das dann im Wettkampf auch immer umsetzen. Meine Schwäche, würde ich sagen, ist meine perfektionistische Art. Ich kann schlecht einsehen, dass es einfach mal am Umfeld eventuell auch gelegen hat, sondern ich suche den Fehler meistens bei mir. Und da kann man sich auch schnell mal verrennen, aber daran arbeite ich. Mein Ritual vor dem Wettkampf habe ich mit meinem Coach, dass ich kurz bevor ich auf den Stand gehe, nochmal mit ihm abschlage und einmal ordentlich ausatme. Und dann ist der Puls auch oben und dann weiß ich, jetzt geht es darum, den Fokus zu halten. Vielen Dank.